Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Die 76.000 Einwohner Stadt Auburn im Westen des US-Bundesstaates Alabama ist nicht nur aufgrund ihrer wunderschönen Umgebung, den zahlreichen malerischen Cafés in der Innenstadt, den vielen Naturparks, Museen, Ausstellungen und dem hervorragenden Essen in den vielen historisch angehauchten Restaurants, sondern vor allem auch aufgrund ihrer geschichtsträchtigen Universität, die gleichzeitig die zweitgrößte Universität des Bundesstaates ist, beliebt und bekannt im ganzen Land. Die Auburn University wurde 1826 gegründet und gehört mit ihren 27.000 Studenten, die sie beherbergt, laut dem The Princeton Review nicht nur zu den beliebtesten Universitäten überhaupt, sondern belegte im Jahr 2019 sogar wiederholt den ersten Platz. Was unter anderem auf die große Vielfalt an Aktivitäten und Veranstaltungen auf dem Campus, aber auch auf das breite Spektrum der Kurse und den zahlreichen Möglichkeiten für Studienanfänger, an diversen Seminaren teilnehmen zu können, liegen dürfte. Im März 2008 studiert genau dort in Auburn auch die zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alte Lauren Ashley Burke. Lauren stammt ursprünglich aus Georgia, wo sie am 30. Dezember 1989 als jüngstes Kind ihrer Eltern James und Vivian Burke in Marietta, der größten Stadt im Cobb County zur Welt kam. Mit ihren beiden älteren Geschwistern, ihrer Schwester Jacqueline und ihrem Bruder Jet, wächst Lauren in Marietta in stabilen Verhältnissen auf und hat auch eine ganz besonders innige Beziehung zu ihren Großeltern, den Eltern ihrer Mutter Vivian, die, wie ihre Mutter selbst, bevor sie in die Vereinigten Staaten kam, nach wie vor in Brasilien, genauer gesagt in Rio de Janeiro leben, und mit denen Lauren so oft es nur möglich ist, telefoniert. Nach ihrem erfolgreichen Highschool-Abschluss wird Lauren also jetzt an der Auburn University angenommen und nimmt dort im Herbst 2007 ihr Studium in Grafikdesign auf. Bereits kurz nach ihrer Ankunft tritt sie in die Delta Gamma Sorority Studentenverbindung ein, wodurch sie schnell viele Kontakte knüpft. Sie spielt leidenschaftlich gern Lacrosse und engagiert sich in vielen Projekten auf dem Campus. Von ihren Freunden, ihrer Familie, ihren Mitstudenten und auch von ihren Lehrern wird Lauren als warmherzige, aufrichtige, humorvolle, hilfsbereite junge Frau beschrieben. Eine exzellente Studentin, die sich, seit sie an der Universität angenommen wurde, voll und ganz auf ihr Studium konzentriert. In dieser Phase ihres Lebens also, im Jahr 2008, das haben vor allem auch ihre Eltern und Geschwister später gesagt, war Lauren unheimlich glücklich. Sie liebte es, zu studieren und das Leben auf dem Campus genoss sie in vollen Zügen. Und auch in der Liebe läuft es sehr gut für Lauren. Ihr Freund, der 19 Jahre alte Sean McQuaid, den sie bereits in ihrem ersten Jahr an der Highschool zu Hause in Marietta kennengelernt hatte, wurde gemeinsam mit ihr in Auburn angenommen. Was bedeutet das, die beiden auch jetzt, während sie studieren, sich täglich sehen und Zeit miteinander verbringen können. Und Sean und Lauren verbindet sehr viel, denn die beiden sind im Jahr 2008 schon einige Jahre zusammen. Sie können sich alles erzählen, vertrauen einander und trotzdem, dass sich mit dem Beginn ihres Studiums und dem Umzug nach Auburn für beide viel verändert hat, konnten sie immer aufeinander zählen und waren, so hieß es später, verliebt wie am ersten Tag. Und beide hatten auch bereits Pläne für eine gemeinsame Zukunft nach dem Studium gemacht. Eine Zukunft, die Lauren aber gar nicht mehr haben sollte, weil jemand sich dazu entschieden hat, sie ihr zu nehmen. Es ist Dienstag, der 4. März 2008. Am frühen Morgen trifft sich Lauren mit ihrem Freund Sean in einem kleinen Café in der Nähe des Campus, um mit ihm dort zu frühstücken. Die beiden sprechen über ihren bevorstehenden Tag und ihre Pläne für das kommende Wochenende. Die Stimmung ist gut und gegen 11 Uhr verabschieden sich die beiden dann voneinander, bevor Lauren sich auf den Weg zu ihrer ersten Vorlesung an diesem Tag macht. Sie vereinbaren, bevor sie sich trennen, noch, dass sie sich in einigen Stunden in Shans Zimmer, in dessen Wohnheim, wieder treffen werden. Auf dem Weg zu ihrer Vorlesung bekommt Lauren aber jetzt noch einen Anruf von ihrem Vater James, den sie auch annimmt. In diesem Telefonat sprechen die beiden über Laurens bevorstehenden Besuch in den Frühlingsferien, die in wenigen Wochen anstehen und Lauren erzählt ihrem Vater auch, dass sie jetzt endlich einen Termin beim Zahnarzt vereinbart hat. Dann endet das Gespräch mit ihrem Vater und Lauren setzt ihren Weg in die Vorlesung fort. James Burke konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass es das letzte Mal sein sollte, dass er mit seiner jüngsten Tochter spricht. Am frühen Nachmittag dieses Dienstags, nachdem die Vorlesungen beendet sind, macht Lauren sich jetzt, wie morgens beim Frühstück vereinbart, auf dem Weg zum Wohnheim ihres Freundes Sean. Dort angekommen, parkt sie ihren Wagen auf dem dazugehörenden Parkplatz und geht dann hinauf in Seans Zimmer, wo die beiden dann bis 20 Uhr zusammen Zeit verbringen. Doch um kurz nach 20 Uhr bricht Lauren auf, denn sie hat für diesen Abend tatsächlich noch Pläne. Eine halbe Stunde später, um 20.30 Uhr, hat sie sich nämlich mit einem jungen Mann namens Michael, einem Kommilitonen von ihr, in der Universitätsbibliothek verabredet, um dort gemeinsam mit ihm für eine anstehende Prüfung zu lernen. Es ist schon dunkel draußen, als Lauren sich jetzt von ihrem Freund Sean verabschiedet und sich auf dem Weg zu ihrem Auto, einem schwarzen 2001er Honda Civic macht, der, wie ich euch vorher schon gesagt habe, nach wie vor, seit Lauren am Nachmittag angekommen ist, unten auf dem Parkplatz vor dem Wohnheim steht. 45 Minuten später. Michael, der bereits seit 15 Minuten in der Bibliothek auf Lauren wartet, wundert sich. Denn normalerweise ist sie immer pünktlich und wenn sie aus irgendeinem Grund zu spät kommt, dann sagt sie in der Regel immer Bescheid. Trotzdem, dass sie erst eine Viertelstunde überfällig ist, beschließt Michael jetzt Lauren anzurufen, um zu erfahren, was los ist. Doch sie geht nicht dran und auch auf die zahlreichen Nachrichten, die er ihr jetzt im Anschluss schreibt, antwortet sie nicht. Doch er gibt nicht auf. Immer wieder ruft er sie an, bis er endlich Glück hat und Lauren tatsächlich an ihr Handy geht. Michael hat später gesagt, dass dieses Telefonat sehr kurz, vor allen Dingen aber auch sehr seltsam gewesen ist. Nachdem Lauren nämlich endlich abgenommen hat, hat sie direkt angefangen zu reden. Und zwar sehr schnell und sie klang ungewöhnlich angespannt. Sie hat nur gesagt, dass sie den Termin mit ihm in der Bibliothek vergessen hat und dass es ihr leid tut. Und dann hat sie auch sofort schon wieder aufgelegt. Michael hat dann wohl, nachdem dieses kurze Telefonat geendet hat, noch ein weiteres Mal gleich darauf versucht, Lauren erneut anzurufen. Doch dann ging sie wieder nicht ran und bei ihm blieb einfach ein sehr seltsames Gefühl zurück. Denn normalerweise war Lauren immer gut drauf und hat auch länger am Telefon gesprochen, als einfach nur ranzugehen, schnell zwei Sätze zu sagen und dann einfach wieder aufzulegen. Und das ist ja auch ungewöhnlich. Man muss sich ja vorstellen, er hat sie fünf, sechs, sieben Mal angerufen. Sie ging nicht ran. Dann beim achten Mal ging sie endlich ran und sagt nur ins Telefon, hallo, ich habe vergessen, dass wir uns treffen, es tut mir leid und legt dann sofort wieder auf. Dass da bei Michael ein seltsames Gefühl zurückgeblieben ist und dass er deswegen auch versucht hat, sie direkt noch einmal anzurufen, ist verständlich. Allerdings ging Lauren dann auch nicht mehr ran. Weitere 15 Minuten später, um 21.05 Uhr, geht jetzt bei der Notrufzentrale in Auburn ein Anruf von einem Autofahrer ein. Dieser hat Unglaubliches zu berichten. Er sagt am Telefon, dass er gerade auf der Strecke zwischen der Farmville-Baptist-Kirche und der Route 280 entlanggefahren sei, als er vor sich mitten auf der Straße eine junge Frau auf der Fahrbahn hat liegen sehen. Ein weiterer Autofahrer, der in entgegengesetzter Richtung fuhr, habe ebenfalls direkt angehalten und beide seien auf die junge Frau zugelaufen. Schwer verletzt und bis auf ihre Socken vollkommen nackt liegt sie auf dem Freeway 147, ist nicht ansprechbar und atmet kaum noch. Die 911 schickt daraufhin sofort die Polizei und den Notarzt dorthin. Die junge Frau, die man dort auf der Straße gefunden hat und die die jetzt eintreffenden Rettungskräfte um 21.16 Uhr mit Hilfe einer Trage in den Krankenwagen schieben und bei der man auch kaum noch einen Puls feststellen kann, handelt es sich um die 18 Jahre alte Lauren Burke. Doch das weiß zu diesem Zeitpunkt vor Ort noch niemand, denn Lauren lag ja bis auf ihre Socken, die sie noch anhatte, vollkommen nackt auf dieser Straße. Sie hatte nichts bei sich, weswegen man sie weder jetzt vor Ort noch später im Krankenhaus erst einmal identifizieren kann. Nichtsdestotrotz, Lauren ist nicht ansprechbar und schwer verletzt, weswegen sie jetzt so schnell wie möglich ins nahegelegene East Alabama Medical Center gebracht wird. Während also Lauren auf dem Weg ins Krankenhaus ist, gehen derweil aber bei der Notrufzentrale in Auburn plötzlich weitere Anrufe ein. Viele Studenten melden sich bei der 911 und geben an, dass auf dem Gelände des Campus auf einem Parkplatz ein Auto in Flammen steht. Als die Feuerwehr und die Polizei dort ankommen und den Brand löschen, stellt sich heraus, dass es sich bei dem brennenden Auto um einen schwarzen 2001er Honda Civic handelt. Noch an Ort und Stelle checkt die Polizei die Nummernschilder und kann so auch schnell den Halter des Wagens ermitteln. Es ist ein gewisser James Burke aus Georgia, Laurens Vater. Als dieser so spät am Abend jetzt einen Anruf aus Auburn bekommt, erklärt er den Polizisten am Telefon, dass der Honda zwar auf ihn gemeldet, jedoch von seiner Tochter Lauren gefahren wird. Es dauert eine ganze Weile, bis sowohl James Burke und seine Frau Vivian zu Hause in Georgia, als auch die Polizei vor Ort auf dem Campusgelände erfahren, dass die junge Frau, die kurz zuvor ins Krankenhaus eingeliefert wurde, Lauren Burke ist. Dass es doch eine ganze Weile gedauert hat, bis das festgestellt werden konnte, dass diese beiden Ereignisse, die Frau auf der Straße und das brennende Auto irgendwo miteinander in Zusammenhang stehen, hat deswegen etwas länger gedauert, weil man Lauren eben nicht direkt identifizieren konnte. Aber ja, im Laufe des Abends und der Nacht steht dann fest, dass es Lauren ist und dass das brennende Auto eben zu ihr gehört hat. Während sich Lauren Eltern jetzt von Georgia aus auf den Weg nach Auburn machen und auch ihr Freund Sean, der natürlich mitbekommen hat, dass da unten ein Auto brennt und nach und nach dann eben jetzt auch informiert worden ist, dass man seine Freundin ins Krankenhaus eingeliefert hat, sich sofort ebenfalls auf den Weg dorthin macht, um bei ihr zu sein, stellt sich für die Polizei inzwischen eine ganz andere Frage. Beziehungsweise es stellen sich gleich mehrere Fragen. Was ist in der kurzen Zeit? In dieser einen Stunde zwischen 20 Uhr und 21 Uhr 5 mit Lauren passiert, nachdem sie von Sean weggegangen ist und ja eigentlich in die Bibliothek wollte. Wie kam sie an diese Stelle auf der Straße neben dieser Baptistenkirche weit außerhalb der Stadt? Warum war ihr Wagen nicht bei ihr? Warum stand der immer noch auf dem Parkplatz vor dem Wohnheim? Wie ist der Wagen überhaupt in Brand geraten? Wurde Lauren entführt oder war sie tatsächlich eine Zeit lang mit ihrem Auto unterwegs und hat vielleicht angehalten, um jemanden mitzunehmen? Es stellen sich wahnsinnig viele Fragen für die Ermittler und sie hoffen, dass genau diese Fragen ganz bald von Lauren beantwortet werden können. Doch das können sie nicht. Denn wie sich im Krankenhaus nach Laurens Einlieferung herausstellen wird, wurde aus nächster Nähe eine einzige Kugel auf sie abgefeuert. Durch den Schuss wurde ihre Lunge praktisch zerfetzt und trotzdem, dass die Ärzte alles versucht haben, ihr Leben zu retten. Drei Stunden nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus stirbt Lauren Burke an ihren schweren inneren Blutungen. Sie wurde nur 18 Jahre alt. In den frühen Morgenstunden des 5. März 2008 kommt James Burke gemeinsam mit seiner Frau und Laurens Geschwistern in Auburn an und er muss jetzt seine Tochter identifizieren. Und ich glaube, man kann sich vorstellen oder ich denke wahrscheinlich eher, man kann es sich nur schwer vorstellen, was in diesem Mann und natürlich auch in Laurens Mutter und ihren Geschwistern vorgegangen sein muss. Nicht nur, als sie erfahren haben, dass Lauren tot ist, sondern auch, als sie erfahren haben von der Polizei, unter welchen Umständen man sie überhaupt dort auf dieser Straße aufgefunden hat und auch, dass auf Lauren geschossen wurde, dass jemand sie ermordet hat. Aber nicht nur ihre Familie steht unter Schock, denn die Nachricht von Laurens Tod verbreitet sich natürlich auch in der Universität wie ein Lauffeuer. Keiner kann fassen, dass Lauren tot ist, dass sie nicht mehr wiederkommt und es stellen sich unheimlich viele Fragen. Sofort beginnt die Polizei mit ihren Ermittlungen, die damit starten, dass sie zunächst einmal alle Menschen befragen, mit denen Lauren in irgendeiner Art und Weise Kontakt hatte, seit sie in Auburn ihr Studium aufgenommen hat. Sie beginnen damit, die Mädchen aus ihrer Studentenverbindung zu befragen, machen weiter mit den Teammitgliedern aus ihrem Lacrosse-Team, sprechen mit ihren Freunden, ihren Kommilitonen, vor allen Dingen auch mit jedem einzelnen Familienmitglied und jeder sagt den Ermittlern das Gleiche. Lauren hatte keine Feinde, es gab niemanden, in der sie belästigt hat. Sie hatten nie etwas von einem Stalker oder jemandem erzählt, der sie vielleicht verfolgt oder ihr auch unangebrachte Nachrichten geschrieben hätte und wäre das der Fall gewesen, da sind sich alle sicher, dann hätte Lauren das gegenüber irgendjemandem erwähnt. Über mehrere Stunden hinweg spricht die Polizei jetzt natürlich auch mit Sean. Laurens Freund, der ihr am nächsten stand und der, abgesehen vom Täter, wohl auch der letzte gewesen sein dürfte, der sie an diesem Abend in seinem Wohnheim überhaupt noch gesehen hat. Kurz danach sprechen die Ermittler auch mit Michael, Laurens Kommilitonen, mit dem sie sich ja eigentlich in der Bibliothek verabredet hatte. Und dabei erfahren sie jetzt auch von dem kurzen Telefonat, dass Michael noch mit Lauren geführt und in dem sie sich anders angehört hat und in dem sie auch sehr kurz angebunden war. Die Straße, an der Lauren gefunden wurde, sowie auch die Umgebung rund um die die Baptistenkirche und das dort angrenzende, weitläufige Waldgebiet wird von der Polizei ebenfalls bereits am nächsten Tag genau unter die Lupe genommen. Sie sind in der Hoffnung, dass sie dort vielleicht irgendetwas von Lauren finden. Sie hatte ja keine Kleidung mehr getragen. Vielleicht liegt ihre Kleidung dort irgendwo herum. Es fehlt nach wie vor ihre Tasche, ihr Handy. Doch Fehlanzeige, dort wird überhaupt nichts gefunden. Anstatt dessen findet man aber etwas in Laurens Wagen. Denn der Honda wird von der Polizei abgeschleppt und für eine forensische Untersuchung ins Labor gebracht. Im Inneren des Wagens findet man die verkohlten Überreste einer Digitalkamera. Schnell stellt sich heraus, es ist die Kamera von Lauren Burke, die sie immer bei sich hatte. Darüber hinaus findet die Spurensicherung auch verbrannte Kleidung im Wagen. Auch hier ist nach einer Befragung von Sean klar, dass es die Reste der Kleidungsstücke sind, die Lauren am Abend getragen hat. Weiterhin liegt unter dem Beifahrersitz des Honda Civic eine Patronenhülse Kaliber 38. Und es kann darüber hinaus eindeutig festgestellt werden, dass der Wagen nicht zum Beispiel durch einen mechanischen Defekt oder ähnliches Feuer gefangen hat, sondern dass er mithilfe eines Brandbeschleunigers vorsätzlich angezündet wurde, nämlich mit Benzin. Alle Spuren, die in diesem Wagen von Lauren gefunden worden sind, sprechen dafür, dass sie sich in ihrem Auto ausgezogen haben muss. Dafür spricht eben die verbrannte Kleidung, die man dort fand und die Patronenhülse, die unter dem Beifahrersitz gefunden werden konnte, sagt ganz klar, dass auch in diesem Auto auf sie geschossen worden sein muss. Bereits im Krankenhaus hatten die Ärzte die Vermutung, dass aufgrund der massiven Verletzung, die Lauren durch diesen Schuss zugefügt worden ist, aus nächster Nähe auf sie geschossen worden sein muss. Und das wurde dann später auch bei der Autopsie noch einmal bestätigt. Das alles passt also zum Tatort Auto. Und wer auch immer Lauren dazu gebracht hat, sich in ihrem eigenen Auto auszuziehen und dann anschließend auf sie geschossen hat, der hat das Auto dann danach zurück zum Campus gefahren und es angezündet, um Spuren zu verwischen. Das ist der Stand der Polizei einen Tag nach Laurens Tod. Auch wenn aufgrund der jetzt bereits ausgewerteten Spuren doch einige wichtige Fragen für die Polizei bereits beantwortet werden konnten, sind trotzdem noch die wichtigsten offen. Wie kam der Wagen eigentlich von der Stelle, wo man Lauren fand, wieder zurück zum Campus? Warum wurde der Wagen überhaupt wieder dorthin zurückgefahren? Warum hat der oder die Täter, wenn sie Spuren vernichten wollten, den Wagen nicht an Ort und Stelle angezündet und sind dann geflohen? Wieso fährt man zurück? Wer saß überhaupt am Steuer? Wann und wo wurde Lauren eigentlich entführt? War es ein Entführer oder gleich mehrere? Oder kann es vielleicht doch ganz anders gewesen sein, dass Lauren denjenigen, der auf sie geschossen hat, vielleicht in ihr Auto gelassen hat, hat sie angehalten und jemanden mitgenommen? Als man Laurens Freunde und ihre Eltern danach befragt, sind sich alle einig, dass das nicht so gewesen sein kann. Denn Lauren würde, wenn sie nachts alleine mit ihrem Auto unterwegs ist, niemals einfach anhalten und irgendjemand Fremden von der Straße in ihr Auto lassen. Es gibt aber natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, dass Lauren für jemanden angehalten hat, den sie kannte. Trotz allem, zunächst einmal durchsucht die Polizei Seans Zimmer in dessen Wohnheim und stellt es auf den Kopf. Denn er war der Letzte, der Lauren an diesem Abend gesehen hat. Und auch wenn sich durch Befragungen ihres Umfelds nicht der geringste Hinweis finden lässt, dass die beiden Streit hatten oder sich trennen wollten, das Gegenteil war der Fall, so ist es eben doch immer der engste Kreis, in dem die Ermittlungen in der Regel beginnen. Doch Sean kann schnell als möglicher Täter ausgeschlossen werden. Man findet nicht die geringste Spur in seinem Zimmer, die darauf hindeuten könnte, dass er Lauren etwas angetan hat. Und darüber hinaus gab es auch Zeugen im Wohnheim, die ihn gesehen haben, nachdem Lauren schon gegangen war. Sean hatte mit dem, was ihr passiert ist, nichts zu tun. Drei Tage nach Laurens Tod findet die Polizei heraus, dass kurz nachdem man Lauren ins Krankenhaus eingeliefert hat, jemand mit ihrer Kreditkarte an einer Tankstelle ganz in der Nähe Benzin gekauft und bezahlt hat. Derselbe jemand hat dann kurz danach versucht, an einem Geldautomaten in der Nähe des Campus mit Laurens Bankkarte Geld abzuheben. Die Polizei lässt sich also sowohl das Überwachungsvideo des Geldautomaten als auch das Überwachungsband aus der Tankstelle geben, um hoffentlich darauf irgendjemanden erkennen zu können. Während also die Ermittler noch damit beschäftigt sind, passiert in einem kleinen Ort namens Newburn nur 60 Kilometer von Auburn entfernt etwas, das, wie sich bald herausstellen wird, in direkten Zusammenhang mit dem Tod von Lauren Berg stehen wird. Auf einem Parkplatz in Newburn vor einem Walmart wird eine 45 Jahre alte Frau nämlich von einem unbekannten Mann mit einer Waffe bedroht. Dieser Mann zwingt die Frau in ihren Wagen auf den Beifahrersitz und setzt sich selbst hinters Steuer. Als er schon losfahren möchte, bemerkt er allerdings, dass andere Kunden, die ebenfalls gerade ihre Einkäufe nach dem Einkauf bei Walmart in ihren Wagen verstauen, das alles beobachten. Er bekommt Panik und flüchtet aus dem Wagen der Frau und läuft über den Parkplatz zu einem anderen Auto, in das er dann einsteigt. Bei diesem Auto handelt es sich um einen silbernen Chrysler Sherbing und die Überwachungskamera, die auf dem Parkplatz angebracht ist, nimmt das Ganze auf und zeigt den Mann, wie er in diesen silbernen Chrysler einsteigt und mit Vollgas in Richtung Highway davon rast. Es dauert nur zwei Stunden, bis die Polizei den Mann im silbernen Chrysler festnehmen konnte, auf einem Highway etwas außerhalb der Stadt New Bern. Das lag zum einen daran, weil man den Fahrzeugtyp, also den silbernen Chrysler, auf dem Überwachungsband von Walmart klar erkannt hat und zum anderen lag es auch daran, weil die Polizei sehr schnell Straßensperren errichtet hat und jede Polizeistreife in der Gegend darüber informiert hat, dass man eben diesen Wagen sucht. Und die Menschen auf dem Parkplatz des Walmart haben sich darüber hinaus auch zum Teil das Nummernschild gemerkt, weswegen auch schnell feststand, wer der Halter dieses Chryslers überhaupt ist. Als die Polizei ihn also jetzt auf dem Highway stoppt und ihn festnimmt, durchsuchen sie auch direkt seinen Wagen und es wird darin eine Pistole Kaliber 38 gefunden. Bei dem Mann handelt es sich um den 23 Jahre alten Kourtney Leroy Lockhart und wie die Ermittlungen jetzt ganz schnell ergeben, wurde mit der Waffe, die man in seinem Auto fand, drei Tage zuvor auf Lauren Burke geschossen. Als die Polizei in Auburn von ihren Kollegen aus New Bern erfahren, dass ein Mann verhaftet wurde, der eine Frau auf einem Parkplatz angegriffen hat, diese offenbar entführen wollte und dass dieser Mann eine Pistole Kaliber 38 bei sich hatte, wird Kourtney Lockhart direkt auch von den Ermittlern im Fall Lauren Burke befragt. Und es dauert nicht lange, da gesteht er. Kourtney Lockhart gesteht, dass er Lauren am 4. März 2008 entführt und sie anschließend erschossen hat. Neben seinem Geständnis und der Waffe findet die Polizei jetzt in den folgenden Tagen aber noch andere Beweise dafür, dass Kourtney Lockhart tatsächlich derjenige war, der Lauren umgebracht hat. So zum Beispiel wird ihr iPod in seinem Auto gefunden und auch ihre Bank und Kreditkarte. Die Kreditkarte, die er benutzt hat, um Benzin zu kaufen, mit dem er dann ihr Auto angezündet hat. Nachdem er sie halbtot am Straßenrand hat liegen lassen. Wer ist dieser Kourtney Lockhart eigentlich? Und was passierte am 4. März 2008? Wie ist Lauren Burke gestorben? Kourtney Leroy Lockhart kommt am 20. Oktober 1984 in der Nähe von Auburn zur Welt. Über seine Kindheit und Jugend konnte ich bei meiner Recherche so gut wie überhaupt nichts herausfinden. Allerdings hat seine Mutter wohl nach seiner Verhaftung einmal ein Interview gegeben und da hat sie gesagt, dass Kourtney eigentlich als Kind und auch als Jugendlicher sehr unauffällig und freundlich gewesen ist. Dass er auch viele Freunde hatte und dass er schon sehr bald wusste, was er später einmal tun möchte. Kourtney wollte nämlich immer zur Armee gehen. Und ganz genau das ist dann wohl auch direkt nach seinem Schulabschluss passiert. Er meldet sich bei der Armee und geht dann auch im Sommer 2004 in seinen ersten Auslandseinsatz in den Irak. Als Kourtney ein Jahr später Ende 2005 wieder zurückkommt, so wird es seine Mutter ebenfalls in diesem Interview beschreiben, war er nicht mehr der Kourtney, den wir alle kannten. Er hatte sich vollkommen verändert. Kourtney hat immer viel gelacht. Er war für jeden Spaß zu haben. Doch seit er aus dem Irak zurück war, hat ihn keiner von uns jemals wieder lachen sehen. Die Veränderungen von Kourtney nach seinem Kriegseinsatz fallen aber nicht nur seiner Familie, sondern auch seinen Mitbewohnern auf. Immer wieder versteckt er sich stundenlang unter seinem Bett, zittert und kommt nicht mehr hervor. Er wird schnell wütend aggressiv und bekommt sein Leben einfach nicht mehr in den Griff. Was dazu kommt ist, dass Kourtneys Beziehung, die er seit einigen Jahren hatte, auch in dieser Zeit in die Brüche ging. Seine Freundin jedoch ist von ihm schwanger. Kourtneys Tochter, die einige Monate später zur Welt kommt, sieht er zwar hin und wieder, jedoch gibt es immer wieder Streit mit seiner Ex-Freundin. Und auch beruflich bekommt Kourtney immer größere Schwierigkeiten. In der Kaserne fängt er immer wieder Schlägereien an, bedroht andere Soldaten, hält sich nicht an Absprachen, verlässt ohne Genehmigung immer wieder seine Einheit und nimmt wohl ab und an auch Drogen. Im Dezember 2006 wird er deswegen und wegen weiterer Vorfälle unehrenhaft aus dem Dienst entlassen. Auch im Jahr 2007 geht es mit Kourtney weiter bergab. Er findet keinen Job, in dem er lange zurechtkommt, fällt weiterhin durch sein aggressives Verhalten auf und nimmt jetzt wohl auch regelmäßig alle möglichen Drogen. Da er kein Geld hat, beginnt Kourtney jetzt auch damit, Leute zu beklauen und einzubrechen. Im Februar 2008, nur wenige Wochen vor dem Mord an Lauren, überfällt er einen Supermarkt und kommt mit mehreren hundert Dollar Beute davon. Damit nicht genug, beginnt er jetzt auch auf offener Straße, Frauen zu überfallen und sie zu bestehlen. Dabei geht er immer mit der gleichen Methode vor. Er lauert den Frauen auf, wenn sie ihre Einkäufe gemacht und diese dann auf einem Parkplatz in ihr Auto einladen. Er geht immer von hinten auf die Frauen zu, bedroht sie mit einer Waffe und zwingt sie dann in ihr Auto auf den Beifahrersitz, während er sich selbst hinters Steuer setzt und losfährt. Meistens fährt er dann einige Kilometer mit den Frauen aus der Stadt hinaus und bestiehlt sie dann. Er nimmt ihnen alles ab, was sie haben, Geld und Wertgegenstände und bedroht sie dabei eben immer mit seiner Waffe, bevor er sie dann aber letztendlich gehen lässt. Am Nachmittag des 4. März 2008, also an dem Tag, an dem Lauren Berg sterben wird, fährt Courtney Lockhart wieder einmal ziellos durch die Stadt. Er hat überhaupt kein Geld mehr und auch kein Dach mehr über dem Kopf, weswegen er seit vielen Wochen in seinem Auto schläft. Er ist auf der Suche nach einer Frau, die er ausrauben kann, so wie er es auch in den vergangenen Monaten immer wieder getan hat, ohne erwischt zu werden. Gegen 16 Uhr schlägt er den Weg zur Auburn-Universität ein und parkt seinen Wagen wenig später genau auf dem Parkplatz, an dem kurz zuvor auch Lauren Berg ihr Auto abgestellt hat, bevor sie ins Wohnheim zu ihrem Freund Sean ging. In den kommenden Stunden, so wird Courtney es jetzt bei der Polizei berichten, hält er Ausschau nach Studentinnen und versucht einzuschätzen, wie er sie am besten verfolgen und dann mit seiner üblichen Methode ausrauben kann. Doch um diese Zeit ist auf dem Campusgelände jede Menge los. Die Studenten kommen aus ihren Vorlesungen, sind meistens in Gruppen unterwegs und vor allen Dingen fahren dort nur sehr wenige Menschen mit dem Auto. Meist sind die Studenten zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, weswegen Courtney also jetzt weiter in seinem Auto auf eine doch vielleicht noch passende Gelegenheit wartet. Gegen 20 Uhr beobachtet er dann aus seinem Auto heraus, wie sich eine junge Frau dem Parkplatz nähert. Es ist Lauren Berg, die ihr eigenes Auto nur wenige Meter von Courtney entfernt geparkt hat und die sich jetzt eigentlich auf den Weg in die Bibliothek machen will. Doch dazu wird es, wie wir wissen, nicht kommen, denn sobald Courtney sieht, dass sie in ein Auto einsteigen will, springt er selbst aus seinem Wagen und läuft mit geladener Waffe auf sie zu. Von hinten hält er sie fest und bedroht sie mit seiner Waffe und zwingt sie in ihr Auto auf den Beifahrersitz, während er sich, wie er es immer gemacht hat, selbst ans Steuer setzt und sofort losfährt. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden. Lauren hatte keine Chance, irgendwie zu entkommen, denn Courtney hat dann auch in seiner Aussage gesagt, dass er ihr die Waffe direkt an den Hals gehalten hat, also für Lauren hätte es da keine Möglichkeit gegeben, irgendwie zu schreien oder geschweige den wegzulaufen. Als wir losgefahren sind, habe ich sie direkt gefragt, wie viel Geld sie hat. Sie hat mir aber darauf keine Antwort gegeben, sondern hat einfach nur geschrien. Ich habe dann gewartet, bis sie sich ein wenig beruhigt hat und dann habe ich sie wieder gefragt, wie viel Geld sie hat. So Courtney in seiner Aussage bei der Polizei. Nachdem Lauren sich dann wohl beruhigt hat, laut seiner Aussage, hätte sie aus ihrem Geldbeutel zwei 100-Dollar-Scheine herausgenommen, das war alles, was Lauren an diesem Tag bei sich hatte und hat es Courtney gegeben. Außerdem hat sie ihm auch gesagt, dass er sonst alles haben kann, also ihr Handy, ihre Bankkarte, ihren iPod, ihre Digitalkamera, also sie hat ihm alles einfach geben wollen und hat ihn angefläht, sie gehen zu lassen. Sie hat wohl auch gesagt, dass ihr ihr Auto mitnehmen kann, alles, er soll ihr nur nichts antun und soll sie gehen lassen. Doch Courtney lässt sie nicht gehen, anstattdessen fährt er mit ihr weiter hinaus aus der Stadt und befiehlt ihr an irgendeinem Punkt, sich komplett auszuziehen, was Lauren, wie wir wissen, dann auch getan hat, denn als man sie fand, trug sie ja nur noch ihre Socken. Auf die Frage der Polizei, warum Courtney überhaupt von Lauren verlangt hat, sich auszuziehen, antwortet dieser, dass er das nur deswegen wollte, weil er sich dann sicher sein konnte, dass sie nicht einfach aus dem Auto rausspringt. Also Courtney Lockhart ist in seiner offenbar doch überschaubaren Intelligenz davon ausgegangen, dass Courtney deswegen nicht aus dem Auto springen wird, weil sie nackt ist und schließlich will sie ja nicht, dass sie irgendjemand nackt sieht. Also daran sieht man schon an dieser Aussage, dass da doch einiges im Argen liegt. Ob man das Courtney Lockhart jetzt allerdings überhaupt abnimmt oder nicht, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Die Polizei ist vielmehr der Ansicht, dass er deswegen von Lauren verlangt hat, dass sie sich auszieht, weil er noch etwas ganz anderes mit ihr vorhatte. Man muss aber an dieser Stelle dazu sagen, dass alle anderen Frauen, die Lockhart zuvor überfallen hat, ausgesagt haben, dass er immer nur ihr Geld wollte. Also dass er sie jetzt nicht irgendwie angefasst hat oder dass er auch von ihnen wollte, dass sie sich ausziehen, sondern er hat sie einfach bestohlen und hat sie danach dann gehen lassen. Und auch bei Lauren Burke wurde bei der Autopsie keinerlei Anzeichen für einen sexuellen Missbrauch oder ähnliches gefunden. Trotzdem kann es natürlich sein und das ist die Vermutung der Polizei, dass hinter diesem Ausziehen von Lauren, das Courtney verlangt hat, etwas ganz anderes steckte. Nachdem Lauren ihm also alles gegeben hat, was sie bei sich hatte und inzwischen nackt und wahrscheinlich vollkommen verängstigt, neben Courtney Lockhart in ihrem eigenen Auto sitzt, klingelt jetzt ihr Telefon. Und wie wir wissen, ist Michael derjenige, der sie jetzt anruft. Doch Courtney sagt jetzt in seiner Aussage bei der Polizei, dass er nicht wollte, dass Lauren ans Telefon geht, weil er Angst hatte, dass sie doch irgendwas sagen könnte. Doch nachdem das Handy dann immer und immer wieder geklingelt hat, hat Courtney dann doch zugestimmt, dass Lauren rangehen kann, hat sie aber währenddessen die ganze Zeit mit der Waffe bedroht und genau deswegen ist dieses Telefonat dann auch so abgelaufen, wie es Michael später erzählt hat. Lauren ist nur ganz kurz rangegangen, hat ein paar Sekunden gesprochen und hat dann auch wieder aufgelegt. An dieser Stelle in meiner Recherche habe ich mir dann versucht, Michael vorzustellen, wie er von der Polizei später erfahren hat, was Courtney Lockhart ausgesagt hat. Und ich spekuliere an dieser Stelle freilich nur, aber ich glaube, dass dieses letzte Telefonat, das Michael mit Lauren geführt hat, mit dem Wissen, dass er eben dann bekommen hat, etwas sein wird, das er bis ans Ende seines Lebens wahrscheinlich nie wieder aus dem Kopf bekommen wird. Nachdem Lauren das Telefonat mit Michael beendet hat, so berichtet Courtney jetzt in seiner Aussage weiter, hätte sie versucht, auf ihn einzureden. Denn Courtney hat während dieser Fahrt immer wieder gesagt, dass er kein Geld hat, dass er keinen Job findet, dass sein Leben für ihn vorbei ist, dass das alles keinen Sinn mehr macht und Lauren in ihrer Verzweiflung hat offenbar versucht, auf Courtney einzuwirken, indem sie ihm gut zugesprochen hat. Also zum Beispiel soll sie gesagt haben, dass es für alles eine Lösung gibt und dass sie ihn nicht bei der Polizei anzeigen wird, dass sie sogar versuchen wird, ihm zu helfen, einen Job zu finden. Doch das alles hat nichts genützt, denn Courtney ist einfach weitergefahren. Bis er dann irgendwann an die Straße kam, wo sich eben die Baptistenkirche befindet. Und auf dieser Straße hat Lauren dann auf einmal die Tür geöffnet und hat versucht, aus dem Auto herauszuspringen. In dem Moment, als Courtney mitbekommen hat, der hinterm Steuersitz, dass Lauren die Beifahrertür öffnet und sich versucht, aus dem Wagen zu werfen, hat er auf sie geschossen. Man kann nur darüber spekulieren, warum Lauren genau auf dieser Straße, nachdem die beiden jetzt schon eine ganze Zeit lang miteinander unterwegs gewesen sind, beschlossen hat, jetzt aus dem Auto zu springen. Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass die Polizei da mehrere Erklärungsansätze dafür hat. Zum einen könnte es sein, dass Lockhart ihr gesagt hat, dass es sie nicht gehen lassen wird und dass das für sie deswegen der einzige Ausweg gewesen ist. Es könnte aber auch sein, dass Lauren gesehen hat, dass Courtney mit ihr in Richtung Waldgebiet fährt, weil sie kannte sich in der Gegend natürlich auch gut aus. Sie hat schon einige Zeit dort studiert und war da auch immer wieder unterwegs und sie wusste, dass es jetzt in Richtung dieses großen Waldgebietes geht und vielleicht hatte sie Angst, dass wenn sie erst einmal dort sind, dass es dann für sie überhaupt keine Möglichkeit gibt, mehr zu flüchten und deswegen hat sie wahrscheinlich die Entscheidung getroffen, solange sie noch auf der Straße sind. In der Nähe dieser Kirche ist die Wahrscheinlichkeit da, dass irgendjemand hier vorbeikommt oder vielleicht sogar jemand auf dem Parkplatz der Kirche ist und deswegen könnte es sein, dass sie diese Stelle gewählt hat, um jetzt rauszuspringen. Man muss aber sagen, dass es wahnsinnig riskant gewesen ist, weil das Auto zu diesem Zeitpunkt sehr schnell gefahren ist, aber ich glaube bei Lauren und das war eben auch die Annahme der Polizei, war die Verzweiflung zu diesem Zeitpunkt schon so groß, dass es ihr einfach egal gewesen ist, ob sie bei diesem Sturz aus dem Auto jetzt verletzt wird oder nicht, Hauptsache sie kommt hier weg. Obwohl auf Lauren noch im Auto geschossen wurde und sie dann anschließend, nachdem sie der Schuss traf, erst aus der Beifahrertür hinaus auf den Straßenrand gefallen ist, schafft sie es noch trotz der Schussverletzung und trotz des Schocks, den sie hat, auf die Straße hinaus zu kriechen, wo sie dann auch kurze Zeit später gefunden wird. Courtney Lockhart dreht währenddessen auf dem Parkplatz der Baptistenkirche um und bleibt kurz stehen. In seiner Aussage hat er gesagt, dass er dann ein paar Sekunden nicht recht wusste, was er jetzt als nächstes machen soll und hat sich dann dazu entschieden, zu flüchten, weil er in weiter Ferne schon Scheinwerfer gesehen hat. Die Scheinwerfer von dem Auto, das jetzt gleich Lauren auf der Straße finden wird. Deswegen fährt er jetzt so schnell wie möglich mit ihrem Wagen weg. Sein Weg führt ihn, wie wir wissen, zunächst zu einer Tankstelle in der Nähe. Dort kauft er Benzin und fährt dann anschließend zum Geldautomaten in der Nähe des Campus. Dort versucht er mit Lauren's Bankkarte Geld abzuheben, was ihm nicht gelingt und im Anschluss daran fährt er dann mit ihrem schwarzen Honda zurück zu dem Parkplatz, wo er sie überhaupt erst entführt hat. Und eine der wichtigsten Fragen für die Polizei war von Anfang an, warum der Täter eigentlich das Auto wieder zum Parkplatz zurückgebracht hat und jetzt, nachdem sie die Courtney Lockhart befragt haben, wissen sie warum, denn sein eigenes Auto, sein silberner Chrysler, stand ja genau auf diesem Parkplatz und deswegen ist er wieder dorthin zurückgefahren. Er übergießt den schwarzen Honda von Lauren Burke mit Benzin und zündet ihn im Anschluss daran an, springt dann in seinen eigenen Wagen und fährt davon. Die Ermittler zweifeln Courtney Lockharts Aussage, dass sich der Schuss, den er auf Lauren abgegeben hat, versehentlich gelöst haben soll in diesem Auto, doch sehr an. Denn Courtney Lockhart war jahrelang bei der Armee. Er war im Auslandseinsatz, er war es gewohnt, täglich mit Waffen zu hantieren, sie zu säubern, sie zu laden, vor allen Dingen, sie abzufeuern. Und dass sich jetzt auf einmal, weil er erschrocken ist, dieser Schuss gelöst haben soll, das glaubt ihm schlichtweg niemand. Vielmehr sieht es danach aus, als wollte er einfach nicht, dass Lauren vielleicht doch die Flucht gelingt und deswegen hat er, als er gemerkt hat, dass sie jetzt aus dem Auto springen will, schlichtweg auf sie geschossen, um zu verhindern, dass sie später bei der Polizei Aussagen und ihn auch beschreiben kann. Eine Woche nach ihrem Tod wird Lauren Burke unter großer Anteilnahme in ihrer Heimatstadt Marietta beerdigt. Und obwohl die Polizei den Täter bereits kurz nach der Tat verhaftet und dieser auch gestanden hat, kann trotzdem niemand begreifen, was passiert ist. Lauren war erst 18 Jahre alt. Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich. Sie war so glücklich, verliebt in ihren Freund Sean, hatte Pläne für die Zukunft, wollte nach Europa und zu ihren Großeltern nach Brasilien reisen nach dem Studium. Und das ist jetzt alles vorbei. Wofür? Weswegen? Der Prozess wegen Entführung und Mord des ersten Grades gegen Courtney Leroy Lockhart beginnt am 8. November 2010 im Gerichtsgebäude von Auburn. Und schon im Eröffnungsplädoyer wird die Strategie, die die Verteidigung in diesem Gerichtsprozess fahren wird, offensichtlich. Denn Curtneys Verteidiger sagt der Jury, dass sein Mandant aufgrund seiner Kriegserlebnisse eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat, die nie behandelt worden ist. Außerdem hätte er auch andere psychische Probleme, die ebenfalls nie behandelt worden sind. Und die Verteidigung sagt auch, dass der Schuss, der auf Lauren abgegeben wurde, nicht absichtlich abgefeuert worden ist. Dass er sich versehentlich gelöst hat. Courtney hätte nie vorgehabt, Lauren umzubringen. Deswegen plädieren sie auch auf nicht schuldig. Ein Psychologe, der auf der anderen Seite für die Staatsanwaltschaft im Zeugenstand sitzt und der viele Monate vor Prozessbeginn immer wieder mit Courtney Lockhart gesprochen hat, bescheinigt ihm einen Intelligenzquotienten von 86, also unterdurchschnittlich. Allerdings sagt dieser Psychologe der Staatsanwaltschaft der Jury auch, dass er bei seinen Untersuchungen von Courtney Lockhart keine posttraumatische Belastungsstörung diagnostizieren konnte. Obwohl die Staatsanwaltschaft vor Prozessbeginn beantragt hat, dass auch die anderen Verbrechen von Courtney Lockhart hier in diesem Verfahren eine Rolle spielen sollten, also dass die Jury erfahren darf, dass er in der Vergangenheit schon andere Frauen überfallen und bestohlen hat, wurde das von dem zuständigen Richter aus Fairnessgründen abgelehnt. Denn die Jury sollte sich bei ihrem Urteil auf den Fall Lauren Burke konzentrieren und eben nicht Courtney Lockhart dafür verurteilen, was er in der Vergangenheit schon getan hat. Deswegen wurde das vom Richter abgelehnt. Die Verteidigung stellt jetzt in diesem Prozess ihren Mandanten als Kriegshelden dar, der es nie verwunden hat, in seinem Auslandseinsatz im Irak mit ansehen zu müssen, wie viele seine Kameraden verletzt oder auch getötet worden sind. Die Jury entscheidet am Ende dieses Prozesses und nachdem die Staatsanwaltschaft sämtliche Beweise und Indizien vorgelegt hat, einstimmig. Courtney Lockhart zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Chance auf Bewährung zu verurteilen. Allerdings lehnen sie die von der Staatsanwaltschaft geforderte Todesstrafe, die nach wie vor in Alabama angewendet wird, ab. Nach diesem Prozess entscheidet aber jetzt der zuständige Richter, der also diesen gesamten Prozess moderiert hat, dass Courtney Lockhart doch die Todesstrafe bekommen soll und das kann er auch. In der Begründung für das Eingreifen des Richters heißt es, allein die Entführung von Lauren Burke wiegt schwer. Sie war unbewaffnet, vollkommen allein, hatte Todesangst und wurde einfach von Lockhart als sein neuestes Opfer ausgewählt. Die Entführung ist umso ungeheuerlicher als dass Lauren vom Campus weg entführt wurde, ein Ort, wo sich junge Menschen, junge Frauen, Studentinnen sicher fühlen sollen. Nachdem er sie in ihr eigenes Auto schleifte, hat er sie mehr als eine Stunde mit einer Waffe bedroht. In dieser ganzen Zeit muss sie Todesangst gehabt haben. Sie wurde dazu gezwungen, sich auszuziehen und schließlich hat er auch noch auf sie geschossen, um sie davon abzuhalten, ihm zu entkommen. Ich denke, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung, dass der Richter davon ausging, dass die Jury am Ende ein Todesurteil aussprechen wird. Doch das ist nicht passiert und der Fairness halber hatte er ja der Staatsanwaltschaft nicht erlaubt, die Vergangenheit von Courtney Lockhart der Jury darzulegen. Jetzt allerdings als das Todesurteil, das er sich offenbar auch vorgestellt hat, nicht ausgesprochen wurde, hat er eben das Ganze an sich gerissen und dann ihn doch zum Tode verurteilt. Das ist aber nur meine ganz persönliche Einschätzung, es kann selbstverständlich auch ganz anders gewesen sein. Laurens Familie jedenfalls ist nach dem Urteil und nach dem Eingreifen des Richters erleichtert. Ihre Mutter Vivian hat gesagt, er verdient keine Nachsicht, denn Nachsicht hatte er mit meiner Tochter auch nicht. Nachdem Courtney Lockhart nach dem Prozess also jetzt vom Richter zum Tode verurteilt wurde, sitzt er seine Strafe in einem Gefängnis in Alabama ab, wo er auf die Vollstreckung dieses Todesurteils wartet und währenddessen versucht er immer wieder genau dieses zweite Urteil des Richters anzufechten und wieder zu dem Urteil zurückzukehren, das die Jury über ihn gefällt hat, also lebenslange Haft, ohne die Chance auf Bewährung. Im April 2014 gelingt es ihm zum ersten Mal Einspruch bei Gericht zu erheben gegen dieses Urteil, doch sechs Monate später wird dieser Einspruch abgelehnt. Zwei Jahre vergehen, dann wendet sich Courtney Lockhart an den Supreme Court von Alabama und versucht auch dort einen Antrag zu stellen, dass dieses Todesurteil gestrichen wird. Doch es dauert nur wenige Monate, dann erfährt er, dass auch dieser Antrag abgelehnt wird. Im April 2016 wendet sich Courtney Lockhart dann an den Supreme Court der Vereinigten Staaten, also das höchste Gericht überhaupt, aber auch dort wird der Fall zwar noch einmal geprüft, aber am Ende wird eine Änderung des Urteils oder auch ein Wiederaufnahmeverfahren auch dort abgelehnt. Courtney Lockhart hat meine Tochter am 4. März 2008 zum Tode verurteilt. Ich sehe also keinen Grund, warum wir ihn nicht auch zum Tode verurteilen sollten. Das ist alles, was ich noch dazu sagen kann. So James Burke, Lawrence Vater, in einem Statement, das er gegeben hat, kurz nach der Entscheidung des Supreme Courts. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses wirklich unglaublichen Falles angekommen. Und ich muss sagen, dass mir dieser Fall wirklich auch sehr nah gegangen ist, weil ich während meiner Recherche, als ich dann an dem Punkt war, nicht darüber hinweggekommen bin, immer wieder an Lauren zu denken, während sie in dieser Stunde in diesem Auto gesessen ist. Also, als sie sich dann ausziehen musste, als sie dann irgendwann auch die Entscheidung getroffen hat, jetzt aus dem Auto raus zu springen, wie verzweifelt sie in diesem Moment gewesen sein muss, was für unglaubliche Ängste sie ausgestanden haben muss. Das ging mir auch immer wieder durch den Kopf und ich glaube, dass das auch unter anderem das ist, was diesen Fall so extrem macht, weil man einfach durch Lockards Aussage, was in dem Auto passiert ist, so viel weiß und auch anhand der Spuren, die man später fand, dass man vielleicht sogar ein bisschen im Kopf Bilder hat, die einem Lauren Burke in diesem Wagen mitten in der Nacht zeigen und das ist das, was glaube ich einen am allermeisten an diesem Fall berührt, was einen mitnimmt, weil man sich Lauren einfach vorstellt, wie sie da sitzt, zumindest mir ging es so. Am Ende kann in diesem Fall kein Zweifel daran bestehen, wer diese Tat begangen hat. Courtney Lockhart hat Lauren Burke erschossen, die Polizei hat ihn sehr schnell festnehmen können und er hat ja dann auch gleich gestanden. Was das Urteil an sich angeht, so schließe ich persönlich mich dem Jury Urteil an, das nach allen vorliegenden Indizien und Beweisen am Ende des Prozesses einstimmig von der Jury gefällt worden ist, nämlich, dass Courtney Lockhart lebenslang hinter Gitter sitzen wird und dass er nie wieder aus dem Gefängnis entlassen werden wird. Das bedeutet, dass er nie wieder die Chance bekommt, irgendjemand anders so etwas anzutun, was er Lauren angetan hat. Also ich schließe mich am Ende dem Jury Urteil an, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung, die muss selbstverständlich niemand verstehen und die muss auch niemand teilen. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen und wie immer bin ich jetzt ganz besonders gespannt auf eure ganz persönliche Meinung und Einschätzung zu all dem, was ich euch jetzt hier erzählt habe. Schreibt mir gerne alles, was euch zu diesem Fall einfällt, was euch durch den Kopf gegangen ist und was ihr am Ende natürlich auch zum Urteil oder auch der Abänderung des Urteils sagt, unten in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, was ich von euch da lesen werde. Damit verabschiede ich mich jetzt von euch, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut.